Paula, Jesse, Greta, Thomas, eigentlich nur einmal, immer samstags, aber manchmal will ich auch Mittwochs oder Donnerstags da. Trampolin springen, welche vom Trampolin abwerfen, bei den Tieren sein, Trampolin springen, man könnte noch einen Pool, einen kleinen Stuhl hier machen, mehr Ponys und Pferde, oder Pferde, Freude sich, mir fällt einfach nicht an, das ist ein Mittwoch-Tipp. Ich war selber als Kind schon hier. Spaghetti! Käsefuß!